Ein weiterer YouTuber wurde exposed und diesmal ganz ohne 2,50€. Dan Tadel hat auf seinem eigenen Kanal ein über 40-minütiges Self-Exposed hochgeladen, in dem er einige Sachen über sich selber aufdeckt. Wo man sich jetzt erstmal die Frage stellen könnte, warum macht er so etwas? Wollte er nur, dass die Wahrheit über ihn ans Licht kommt und keine Lügen mehr im Raum stehen? Oder wollte er auf der anderen Seite nur besser dastehen und versuchen Schaden abzuwenden, weil es so besser rüberkommt, als wenn jemand anders das über ihn exposed hätte? Nun ja, zu der Frage kommen wir noch. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was die konkreten Punkte sind, die er hier selber über sich zugibt. Es war mir immer das Allerwichtigste, dass Leute mich mögen und dass Leute von mir eben dieses Bild haben, dass ich dieser verständnisvolle, vernünftige, rücksichtsvolle Mensch bin irgendwie. Und das hat sich halt im Internet auch so weitergetragen und ich habe mir irgendwie über die Jahre diese Superposition kreiert, von, ich bin dieser, ich bin immer dieser Typ, über den alle so toll reden, 99% positive Bewertungen überall. Und im privaten Raum kreiere ich aber so riesige Probleme. Und das ist halt absolut verständlich, wenn er selber sagt, dass sich sein Online-Auftritt stark von seinem realen Handeln unterscheidet. Ich versuche euch das jetzt in diesem Video irgendwie so bewusst zu machen, wie groß die Diskrepanz ist zwischen, was ich versuche darzustellen öffentlich oder auch in oberflächlicheren Freundschaften und wie es dann aber wirklich ist mit mir. Wenn er auf der einen Seite immer wieder hört, was für ein toller Typ er doch ist und darauf dann logischerweise auch irgendwann sein Selbstbild aufbaut, sich diese Kommentare aber nur auf seinen Online-Auftritt beziehen und er im Real Life ganz anders ist, dann kann das schon ziemlich verwirrend sein. Tadel geht gerade auch tatsächlich davon aus, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben. Soweit ich weiß, ist das noch nicht diagnostiziert, aber er hat das in dem Statement auf jeden Fall als eine plausible Möglichkeit angesprochen. Weiter ging es dann hiermit. Ich habe das Problem, ich habe das immer getarnt als Harmoniebedürftigkeit. Ich bin so harmoniebedürftig. Ich meide Konfrontation, was ja irgendwie erstmal halb so schlimm klingt. Aber bei mir ist es mehr so gewesen. Wenn ich einmal in eine Konfrontation gerate und jemand irgendwie eine emotionale Reaktion auf etwas zeigt, was ich sage, sei es lauter werden, sich aufregen, gebrochen sein davon, was weiß ich, dann speichert sich das in meinem Kopf ab als, okay, ich darf diese Type of Information vor dieser Person nicht mehr aussprechen. Und so positiv das erstmal klingen mag, ist es tatsächlich gar nicht. Denn wer jedem Problem aus dem Weg geht, ist dauerhaft am Flüchten vor diesen Problemen und geht sie nie wirklich an. Somit schiebt man Sachen auf und macht sie letztendlich noch viel schlimmer. Und von so einer Situation erzählt Tadde auch in seinem Statement. Und was weiß ich, jetzt einmal hier vielleicht, was ich schon lange vor Jahren hätte sagen sollen, Lou und Adi sind keine Nazis, Lou und Adi sind nicht rechts, Lou und Adi sind nicht transphob, Lou und Adi sind keine Menschenfeinde, die sind einfach keine schlechten Menschen. Und was die da für einen Scheiß fressen mussten online, ist so ein Bullshit. Ich habe nie was dazu gesagt, weil ich wollte ja nicht, dass ich auch noch Scheiße abbekomme. Und das ist natürlich logisch, wenn du sämtliche Konflikte vermeidest, kannst du kein eigenes Rückgrat mehr beweisen. Tadde möchte in diesem Punkt an sich arbeiten, was ich natürlich absolut unterstütze und bis hierhin ist das Statement auch sehr verständlich. Es gab aber gleichzeitig auch Stellen, die ich nicht so nachvollziehen konnte. Auch noch ein Ding, wo ich mich auch selber exposen will, Thema Sexting. Ich habe über die Jahre mit mehreren Girls gesextet, so Nachtbilder ausgetauscht und so. Also jetzt nicht, Girls klingt so scheiße, nicht mit Minderjährigen, aber trotzdem mit jungen Frauen, 18, 19, 20. Und teilweise Menschen, die ganz offensichtlich Fans waren von mir. Und ich habe jetzt nicht, äh... Warte mal, das ist nicht normal? Ladies and Gentlemen, we got him. Jetzt könnte man natürlich denken, dass sowas absolut nicht geht, während er in einer festen Beziehung ist und das ja schon irgendwie betrügen ist. Wenn er danach nicht das hier gesagt hätte. Hier auch noch einmal, äh, bevor man das falsch versteht, ich habe jetzt nicht in der Wochenbettzeit oder in general während der Beziehung meiner Frau irgendwie mit anderen Frauen Nachtbilder hin und her geschickt. Und vielleicht ist das jetzt kontrovers, aber ich verstehe den Punkt hier einfach nicht. Darf er jetzt nicht mehr mit Erwachsenen, Einwilligenen Leuten schreiben, nur weil diese ihn von YouTube kennen? Muss man jetzt als Influencer aufpassen, nicht zu groß zu werden, weil man sonst mit niemandem mehr schreiben darf? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Es ist nicht so, als ob er jetzt in einer direkten Machtposition wäre, wie wenn er jetzt der Arbeitgeber wäre oder so. Und nach seinen eigenen Aussagen hat er auch niemandem falsche Versprechungen gemacht. Wie gesagt, es waren keine Minderjährigen und ich habe nicht irgendwie, äh, leere Versprechungen gemacht und gesagt, ich mache dich zum Star oder ich will mit dir zusammen sein oder was weiß ich. Dementsprechend muss ich hier ganz ehrlich sagen, ich sehe hier nicht das große Problem. Die nächste Aussage jedoch war schon wieder etwas nachvollziehbarer. Das Problem in der Situation ist einfach nur, dass ich immer noch gelogen habe, nach all diesen Dingen, die vorgefallen sind, nach all diesen Chancen, nach all diesen Versuchen, mir die Hand zu reichen und mir zu sagen, ey, sag doch einfach die Wahrheit. Da habe ich immer noch Dinge anders dargestellt, als sie waren oder nur Halbwahrheiten erzählt. Wo man natürlich auf der einen Seite sagen muss, es ist nicht cool, dass er seine Frau, Freundin hier angelogen hat und nicht die Wahrheit erzählt hat. Und auf der anderen Seite finde ich es schon weird, da so ausführlich drüber zu sprechen. Aber das ist natürlich seine Entscheidung und ein anderes Thema. Weiterhin hat er noch davon erzählt, wie er mit seinem Verhalten sein Umfeld negativ beeinflusst. Jedenfalls, das habe ich meiner Frau auch noch angetan in der Zeit. Und dann hat meine Frau noch eine absolut traumatisierende Geburt erlebt. Und dann in der Zeit danach, in der Wochenbettzeit quasi, sie nahezu eine Psychose entwickelt, weil diese Verhaltensmuster bei mir nicht aufgehört haben. Und meine Frau hat da die Psychose entwickelt oder hat wirklich daran geglaubt, dass ich den Masterplan hätte, sie zu zerstören und mich deswegen so verhalte. Und das sollte euch vielleicht einmal vor Augen führen, wie krass repetitive dieses Verhalten von mir ist. Würde jetzt wieder ins Bild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung passen, was natürlich noch nicht bewiesen ist, was feststeht. Ich hoffe für ihn und sein Umfeld, dass er diese negativen Verhaltensmuster bald los wird. Weiter hat er noch davon erzählt, dass er sich jetzt aus dem Internet zurückziehen möchte und auch warum er das möchte. Ich raube Seelenfrieden bei Menschen, die mir so nah sind. Weil es nicht mal nur so ist, dass die Menschen dann unter meinem Verhalten und diesem Lügen und sowas leiden. Sondern sie sind auch noch die ganze Zeit damit konfrontiert, dass ich im Internet so zelebriert werde. Das will ich nicht und das muss aufhören. Deswegen ist jetzt einer der sinnvollsten Schritte für mich. Ich verpisse mich erstmal aus dem Internet. Kein YouTube mehr, kein Social Media, sonst was mehr. Ich werde auch auf dem Phone umsteigen, auf das man keine Apps laden kann. Taddle wird es jetzt nicht mehr geben. Ich werde diese Persona, diese Figur Taddle killen. Taddle ist vorbei. Vielleicht lösche ich sogar einfach den YouTube Account oder so, damit es so richtig, damit es eine drastische Maßnahme ist. Und mittlerweile hat er auch tatsächlich alle Videos von seinem Kanal runtergenommen, abgesehen von diesem Statement hier natürlich. Allgemein würde ich sagen, dass die Sachen, die da jetzt exposed wurden, nicht so krass waren. Was natürlich auch gut daran liegen kann, dass er weniger von konkreten Situationen erzählt hat, als vielmehr von seiner psychischen Gesundheit und den Mechanismen, die dahinter stecken. Für die Frage, ob jetzt wirklich eine ehrliche Intention hinter diesem Statement stand oder er nur Schaden abwenden wollte, bleibt wohl abzuwarten, ob von anderer Seite noch Vorwürfe gegen ihn geäußert werden. Falls es dazu kommt, werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, also lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne mal in die Kommentare, folgt mir bei Instagram und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Warte mal, das ist nicht normal?